Hallo, mein Name ist Frank Embacher. Ich bin Landestrainer in Sachsen im Schwimmen. Ich komme aus Deutschland und wir verbringen jedes Jahr hier die Zeit, wo wir in Deutschland leider nicht im Verein trainieren können. Hier haben wir das beste Wetter, Sonne, sehr gute Bedingungen, sehr gutes Essen. Wir freuen uns, dass wir hier jedes Mal so herzlich aufgenommen werden im Schwimmbecken und ich habe schon sehr vielen Leuten den Tipp gegeben, hier ihr Trainingslager zu machen und ich werde es auch immer weiter tun, weil es ist wirklich vom Preis her, von den Bedingungen her einfach ein tolles Trainingslager. Danke nochmal an Urgada.